Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück bei Geralt, der, wie ihr erkennen könnt, anders aussieht, denn er hat seine neue Rüstung angelegt. Und ja, ich habe ohne euch hier nochmal ordentlich weitergemacht, einige Zeit investiert, um das Ganze irgendwie zu einem guten Ende zu bringen. Das will ich euch kurz alles mal zeigen, was jetzt hier passiert ist. Ja, als erstes habe ich alles Mögliche verkauft, unter anderem Glyphen und Runen, die ich nicht mehr benötige, weil jetzt im Prinzip klar ist, in welche Richtung ich hier gehen möchte mit Rüstung und Schwertern. Deswegen konnten wir da viel zu Geld machen. Ich hatte zwischenzeitlich, glaube ich, zwischen 30.000 und 40.000 Kronen. Die sind jetzt fast alle wieder ausgegeben für das ganze Crafting. Da ist einiges zusammengekommen. Also, die Rüstung ist jetzt vollständig. Es ist die Großmeister-Wolfs-Rüstung und vor allem habe ich sie auch entsprechend mit Glyphen besetzt. Und da habe ich eine kleine Änderung gemacht. Ich habe hier bei der Brustrüstung, habe ich Glyphen der Instandsetzung eingesetzt. Die bringen Vitalitätsregeneration, jeweils plus zwei. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch große Glyphen der Instandsetzung gibt. Habe ich hier zumindest nicht gefunden. Kann es sein, dass es bei diesen Händen aus O4 war. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das hilft uns auch, glaube ich, ganz gut. Plus sechs geben die. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt plus sieben. Sonst plus eins. Das ist also, ja, ein bisschen besser als ein halbes Essen, aber halt konstant. Das heißt, wenn das Essen jetzt noch draufkommt, ist das ein richtig anständiger Effekt. Und hier habe ich überall große Glyphen reingemacht. Eigentlich so, wie bisher. Hier hat sich nicht viel geändert. So, dann habe ich mich mit den Waffen befasst. Habe auch verglichen mal mit den Waffen, die wir herstellen können, wo wir Rezepte gefunden haben. Habe mich aber entschieden, erst mal auf die, ja, auf die Set-Waffen zu gehen. Also auf die Wolfssilberschwert und das Wolfsstahlschwert. Warum? Weil das alles sehr gut korrespondiert mit diesen Boni, die das Set jetzt erstmals bringt. Also erst mal die Schwerter selbst haben plus elf Prozent Zeichen, Zeichenintensität, Adrenalin-Gewinn, Krit-Trefferschance und Chance auf Bluten. Und genau dieses habe ich noch weiter gesteigert, indem ich dort jeweils drei große Devena-Runen-Steine eingebaut habe, die ich auch hergestellt habe. So, dass wir jetzt bei plus 26 Prozent Blutenschwungs sind. Warum ist das interessant? Weil jetzt dieser Set-Bonus ins Spiel kommt. Jeder einzelne Bluteneffekt, der auf Gegner angewendet wird, erhöht den Schaden durch Schwerter um ein Prozent pro Ausrüstungsteil des Sets. Das aktuelle Bonus 6 Prozent. Das heißt, bei einem Bluteneffekt 6 Prozent mehr Schaden, bei zwei Bluteneffekt 12 Prozent mehr Schaden und so weiter. Das stackt. Und dadurch, dass wir das gesamte Set anhaben, kommt noch was hinzu. Jeder Adrenalin-Punkt erhöht die mögliche Anzahl an Bluteneffekten, die auf einen einzelnen Gegner angewendet werden können. Da scheint es irgendwie ein Cap zu geben. Wie der aussieht, weiß ich nicht. Steht leider nicht. Und dieser Cap wird erhöht jetzt. Und eben durch die Adrenalin-Punkte, die wir haben. Und das passt sehr gut, weil auch unsere ganze Kampfskillung ist auf Adrenalin durchaus ausgelegt. Und das ergänzt sich sehr, sehr schön. Und das habe ich bei der Stahlwaffe dann entsprechend auch so getan. Ja, das erst mal zur Ausrüstung selbst. Genau, dann wollte ich euch noch zeigen. Es gibt hier bei Handwerk, also bei den Silberschwertern habe ich jetzt hier keine besonderen, besseren Rezepte gefunden. Aber bei den Stahlwaffen gibt es noch zwei, na eigentlich nur eine Waffe, die eine Rolle spielen könnte. Die Klinge von Thier Tocher ist schon recht gut, was den Schaden betrifft. Aber er hat nur zwei Slots hier und die Effekte sind nicht so stark in unsere Richtung gehend. Aber überlegen werde ich mir, wenn ich Level 48 erreicht habe, ob wir das Toussaint Stahlschwert nehmen stattdessen. Es hat auch drei Slots und macht enorm viel mehr Schaden. Also es ist schon stark, 10, 15 Prozent mehr. Hat Rüstungsdurchbohrung, hat nochmal eine deutlich bessere Crit-Treffer-Chance. Und auch der Crit-Treffer-Bonus ist deutlich höher. Es hat natürlich jetzt diese Blut- und Adrenalin-Gewinn-Geschichten nicht. Das heißt, ja, das, was jetzt mit unserem Z-Bonus dazukommt, das nützt uns hier nichts. Den würden wir zumindest diesen hochstufigen ja sowieso verlieren, wenn wir diese Waffe nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieser Schaden, ja, diese anderen Effekte das ausgleicht. Ich vermute aber ja. Werde ich mir aber nochmal überlegen, wenn wir Stufe 48 erreicht haben. Also das ist vermutlich die einzige Änderung, die jetzt demnächst noch anstehen wird. Dann habe ich mich jetzt nochmal ausführlicher mit diesem neuen System hier befasst. Und da sind mir noch ein, zwei Sachen klar geworden. Als erstes ist es so, dass diese Effekte nicht alle gleichzeitig aktiv sind, sondern nur das, was man dann auch wirklich aktiviert hat. Das waren mir vorher nicht so bewusst. Ich habe mir mal angeschaut, was hier alles passiert. Ich glaube, ich würde gerne in diese Richtung gehen. Auf jeden Fall würde ich gerne natürlich weitere Slots freischalten. Dazu brauchen wir aber vier Mutationen, also drei weitere. Und dazu wiederum brauchen wir Mutagene, die wir im Moment noch nicht haben. Ich habe mir inzwischen aber auch die Rezepte teilweise gekauft zum Umwandeln von den Mutagenen aus den verschiedenen Farben in andere Farben. Das habe ich mir beim Parfümhändler gekauft. Allerdings fehlen uns da bestimmte Kräuter. Ich weiß noch nicht genau, wo wir die bekommen werden. Das bleibt also erstmal noch ein bisschen offen. So, aber das Entscheidende ist, je nachdem, was man hier aktiviert hat in der Mitte, das definiert die Farbe dessen, was man hier platzieren kann. Das wird später noch kombinierbar. Also zum Beispiel, wenn wir Blutbad haben. Nee, wenn wir hier hingehen, Katzenaugen ist schon grün mit möglich. Und wenn wir oben rechts hingehen, dann ist auch blau mit möglich. Ob ich das überhaupt nutzen will, weiß ich nicht. Im Moment können wir hier nur rot platzieren. Und aus dem Grund werde ich aber Fertigkeitspunkte investieren. Und zwar in diesen Bereich hier. Rüstungserschlagung für starke Angriffe gefällt mir gut. Und verringert die gegnerische Schadensresistenz um 10%. Das werden wir machen. Das werde ich jetzt dreimal erwerben. Wir haben ja die Fertigkeitspunkte zum Glück nicht für was anderes verwendet. Und das packen wir hier mit rein. So, und dann hatte ich hier das letzte Mal alles Mögliche durcheinander gebracht. Das will ich nochmal wieder... Ah, nee, das habe ich schon korrigiert. Sehr schön. Quenn-Intensität und Quenn-Entladung. Das will ich lassen. Aber was ich neu hinzunehmen werde. Ich werde Technik in der Greifenschule mit hinzunehmen. Jeder Teil mittelschwere Rüstung erhöht die Zeichenintensität um 5% und die Ausdauerregeneration um 5%. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Das werden wir nochmal erwerben. Und das packe ich jetzt hier rein. Da verliere ich natürlich wiederum 10%. Gewinne aber interessanterweise 20% Zeichenintensität. Also insofern kein Problem. Und eben, ich bekomme die Ausdauerregeneration dazu. Ja, so. Das wäre es eigentlich damit. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn es gibt ja noch die schöne neue Möglichkeit, die Rüstung einzufärben. Auch damit habe ich mich beschäftigt. Und diese Wolfsrüstung allerdings hat ja schon im Oberteil eine schöne, einigermaßen dezente, edel wirkende rote Farbe. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Es gebe hier noch ein Rot. Ich habe es ausprobiert. Das sieht da dann so ein bisschen aus wie Feuerwehrrot. Das hat mir nicht so gut gefallen. So. Das ist schon sehr, sehr krass. Ich habe alles mal getestet. Hat aber so ein bisschen Papageien-Stil. So will ich Gerard nicht rumlaufen lassen. Was ich aber machen werde, ich werde die Hose schwarz färben. Das passt ganz gut zum Roten, wie ich finde. Und ich werde die Handschuhe und die Stiefel, die werde ich grau färben. Wir gucken uns das kurz an. Ich finde, das hat irgendwie Stil und Eleganz. Das gefällt mir. So können wir das, würde ich sagen, lassen. So. Und dementsprechend sind wir jetzt doch sehr, sehr, sehr stärkt. Für die natürliche Ordnung. Teilnahme kostenlos. Und können weiter. Eine Sache. Es gibt ein paar Sachen, die wir aber jetzt hier in Buclair vorher noch erledigen wollen. Einmal habe ich gesehen, hier oben gibt es jemanden, den wir ansprechen können. Sogar Märchenreiche wie Toussaint haben ihre dunklen Geheimnisse. Und zwar offenbar irgendwie ein Maler. Ach so. Außerdem wollte ich ja noch mal schauen. Ups. Ach, Plötze. Außerdem wollte ich noch schauen, was eigentlich mit dem Typ mit der Statue los ist. Ob das wieder geöffnet ist. Aber wir sprechen erst mal mit ihm hier. Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar. Diese Narbe. Diese Stirn. Das ist perfekt. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werte Herr. Bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick. So männlich. Wenn du ein abendliches Stell-Dich-Ein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stell-Dich-Ein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträts. En Fass und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaint's. Sitz mir, Modell. Du musst. Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Oh Gott, das ist glaube ich was, was Gerard gar nicht gerne mag, aber... Und ich frage mich, es ist auch schon ziemlich eitel, ein Porträt zum Beispiel ins eigene Haus zu hängen. Allerdings, es ist entlohnt, vielleicht dauert es nicht so lange. Naja, wir tun's. Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Vestor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Mittags. Ich glaube, jetzt ist es schon nachmittags, ne? Hm. Ob das möglich ist? Beim Vestor des Palastes. Okay, da oben. Ja, wir versuchen's einfach. Wir sind in der Nähe. Es ist jetzt 14.09 Uhr. Was ich allerdings vorher nochmal schnell machen wollte, ist... Ich wollte nochmal hier runtergucken. Ich bin mir ganz sicher, wo... Das können wir auch mit Plötze machen. Ich wollte nochmal hier zu der Statue. Und dem... Gemächt der Statue. Dass er jetzt wieder da ist. Da wollte ich mal schauen. Dein Ruf eilt dir voraus. Wieder der Statue der Dinge. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Und zur Bank wollte ich auch noch. Reginaldo Brie ist zurück. Ja, genau. Nichts versäumen. Gleich Karten kaufen. Nur bei mir. Reginaldo Brie. Ich danke dir für die Hilfe. Möge Majoran dich mit Rat... Reginaldo Brie ist zurück. Nichts versäumen. Gleich Karten kaufen. Nur bei mir. Dann gucken wir mal rein, wie das aussieht. Also der berühmte Reginaldo Brie. Der Mann mit dem riesigen... Beruf. Er muss wirklich atemberaubend gewesen sein. Wie gerne hätte ich ihn getroffen. Eine stinknormale Statue ist das. Ein nackter Kerl. Nichts außergewöhnliches. Und die Genitalien sind übertrieben dargestellt. Na ja. Ehrlich gesagt... Wenn ich mir jetzt die Größe der Statue anschaue... Sehe ich da jetzt keine... Aber warte mal. Na los, berühr ihn. Du machst wohl Scherze. Berühren? Einen Fremden? Auch wenn es nur eine Statue ist. Ach, einen Bekannten würdest du anfassen? Hm. Wir können ihn berühren. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Das ist also der berühmte Reginaldo Brie. Der Mann mit dem riesigen... Warte mal. Wir haben jetzt irgendeinen aktiven Effekt. Das interessiert mich jetzt aber. Was ist denn das für ein Effekt? Wo sehe ich den? Spielerwerte zusätzlich. Ich glaube, der gibt uns Ausdauerregeneration. Aber wir hatten sonst... Obwohl. Ich bin mir nicht sicher, wo das herkommt. Es könnte Ausdauerregeneration sein. Wo sehe ich, was die aktuellen Effekte bringen? Naja. Seht ihr auch mal hier aktuell mal die Spielerwerte? Gibt es da irgendwo eine Übersicht? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist es nicht. Aber es wird was Gutes sein. Gehe ich mal davon aus. Ich glaube, wir sollten häufiger mal hier vorbeischauen. Oh Gott. Meine Dame entschuldigt. So. Unser nächstes Ziel ist die Bank. Und da sind wir hier auch gleich. Mal sehen, ob sich das jetzt geklärt hat mit unserem Geld. Meister Hexer, hast du einen Moment Zeit? Oh, ist das nicht der Direktor hier schon direkt? Was denn? Hier ist dein Geld, Herr. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, Kian Fanelli. Wir sind quitt. Eins noch. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ach, das ist ja nett, dass er mal entschuldigt hat. Also, das erlebt man hier nicht häufig. Dass Leute sich direkt entschuldigen. Mein Bruder hat mir ein Schwert geschenkt. Und wir haben auch gerade ein Schwert bekommen. Der Rechenmeister. Aber ist natürlich jetzt nicht besser als das, was wir haben. Vor allem nur ein Slot. Das wollen wir natürlich nicht. Da fällt mir gerade auf. Ich habe hier schon wieder so etwas Hässliches. Rumbaumeln. Beiplötze. Wir nehmen lieber das hier. Das gibt nämlich plus 15 Prozent. Bonusgold. Ach mal, das ist das. Warte mal. Das ist das, was wir gewonnen haben, nicht wahr? Das habe ich ja noch gar nicht, glaube ich, beachtet, oder? Krone des Königs der Schweinehirten. 15 Prozent Bonusgold. Sehr schön. Nicht schlecht. Gefällt mir. Okay, passt auf. Wir werden mal gucken, ob jetzt 15 Uhr noch als Mittag gilt. Und reiten mal hoch zu ihm. Wenn das nicht klappt, ist es nicht so schlimm. Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute. Ein Hechse. Da können wir, glaube ich, gleich noch in der Nähe was anderes erledigen. Das passt also ganz gut. Schauen wir mal. Platz ist ja wirklich inzwischen auch beeindruckend ausstaffiert. Aber Geralt jetzt mit seiner neuen Rüstung ebenso elegant. Das beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. So. Da sind wir. Mal sehen. Hat er auch sein Pferd mitgebracht? Das Licht ist gerade nicht ideal. Kannst du gegen Mittag wiederkommen? Okay, also das klappt jetzt nicht. Okay, was machen wir denn? Grundsätzlich wollte ich ja gerne nach Corvo Bianco zurück, um vielleicht die nächsten Sachen in Auftrag zu geben. Aber hier in der Nähe haben wir eine Mission. Und wir lesen uns kurz mal durch, was das war. Füße kalt wie Eis. Wenn ich all meine falsche Bescheidenheit beiseite stelle, muss ich bemerken, dass meine Gesänge von Geralts Tatenwelt berühmt sind. Das Herzogtum Toussaint macht darin keine Ausnahme. Gerade dort sind meine Balladen, in denen ich seine allbekannte Tapferkeit und Ehrenhaftigkeit preise, ganz außerordentlich beliebt. So sehr, dass es einmal hauptsächlich meinen Werken zu verdanken war, dass Geralt ein Auftrag angeboten wurde. Eine junge Edeldame, die den Hexer nur aus meinen, natürlich sehr akkuraten Beschreibungen kannte, erspähte ihn in einer Menschenmenge und bat ihn sogleich um Hilfe. Sie sorgte sich um ihren verlobten François, der vor kurzem aufgebrochen war, um zu ihren Ehren ein Monster zu erschlagen. Das Monster war als Grottore bekannt und des Edelfrouleins Liebster war noch nicht zurückgekehrt. Sie bat den Hexer nachzusehen, was aus dem jungen Ritter geworden war. Okay, das machen wir. Und das führt uns dann, glaube ich, hier hinunter. Reiten wir direkt mal dorthin. Okay, und ja, ich verstehe, warum er hier irgendwie dieses Porträt malen will. Weil diese Aussicht ist natürlich unglaublich spektakulär. Ja, ich freue mich doch irgendwie schon darauf. Mal schauen, wie das werden wird. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Aufgabe. So, dies hier ist die Richtung. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal entlang geritten. Wir müssen jetzt nur die richtige Abzweigung finden. Das Ziel scheint vor uns zu liegen. Ah, Plötzer kommt hier nicht über die Brücke. Doch, jetzt geht's. Gut. Da geht's zur Arena. Und hier kommen wir in den Bereich. Finde François. Okay, das ist nicht schwer. François scheint hier ein üppiges Lager aufgebaut zu haben. Der tapfer, ja. Ach ja, bleiben wir mal bei Ravix. Ravix von Vierhorn. Im Wappen trage ich eine Jungfer, die auf einem schreitenden Bären reitet. So, nachdem wir uns nun von Ritter zu Ritter vorgestellt haben, François Le Joffe nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich, für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Hm, indem du vor der Höhle schläfst? Zwei Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich. Aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Tja, wollen wir ihn da alleine reinlaufen lassen? Ach nee, das ist ja auch... Ist ja auch nicht unser Auftrag, ne? Naja, eigentlich sollten wir ihn nur finden, aber nee, das machen wir nicht. Es ist nicht im Sinne unserer Auftraggeberin, sagen wir es mal so. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Hm, ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie, Deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel, selbst getötet, tocht darin nicht wörtlich auf. Hm, da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unheil ziehen. Für die Ehre. Okay, wir müssen mit ihm kämpfen. Etwas, das in mir immer gar nicht so sehr behakt. Weil meistens ist es keine wirkliche Hilfe. Sondern ein Problem mehr. Gerade bei Francois habe ich das Gefühl, genau das ist der Fall. Außerdem, was jagt er denn hier so schnell in diese Höhle rein? Lass uns doch erstmal in Ruhe uns rumschauen. Hm, seltsam. Keine Spur vom Grotto. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Höchst bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. Okay, finde Grotto mithilfe deiner Hexersinne. Das machen wir. Sehen wir uns erstmal um. Plündern die Truhen, die hier rumliegen. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Merkwürdige Blumen. Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Okay. Was haben wir da? Ist das eine Truhe? Ne, ist das eine Wiege? Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Hm. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen. Keine Zeichen? Auch kein Feuer? Okay, offensichtlich nicht. Oh. Das klang irgendwie gefährlich gerade. Gut, finden wir hier noch was. Ja. Ja. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Es stimmt, was man in den Dörfern sagt. Der Grottere frisst Säuglinge. Jetzt ist alles klar. Es muss ein Waldteufel sein. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Tja, also gut. An die Arbeit. Götter, euer Wille geschehe. Ja, ja, ja. Warte mal kurz. Erstmal schauen wir uns das hier noch an. Krimskrams, Werkzeug. Das muss Grottere seinen Opfern abgenommen haben. Okay, und dann lesen wir mal im Bestiarium. Okay, das ist Fleckenwicht. Insektuit ist er nicht. Ist er ein Konstrukt. Nee. Ein Relikt wahrscheinlich, ne? Aha. Es war so. Ich war im Wald und da ging ein Platzregen runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle. Und da brüllt mich plötzlich irgendwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte, als ich zu Hause ankam. Wähle-Style Kräuterkundler. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Grottere nennt, am Fuße der Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wälder. In Höhlen findet man sie selten. Aber Grottere schien gefallen und seine namensgebenden Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Bukleas recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf, darauf die Bestienkampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter von Soir. Gut. Demeritium-Bombe, Reliktöl und Igni ist hier spannend. Dann werden wir das mal gleich nutzen. Reliktöl, da haben wir es schon. Und die Demeritium-Bombe ist diese hier. Ah, ich habe einmal Raffat dabei. Könnten allerdings auch Schwalbe nehmen. Dürfte ebenso gut helfen. Okay. Locke Grotto vor, indem du Pflanzen mit dem Igni-Zeichen in Brand setzt. Gut. Machen wir. War ich das manchmal schon? Na, Grottere? Oh, jetzt kommt er. Aha, so einer ist das. Okay. So, warte mal. Ich nehme mal gleich mal Donner. Wo ist er? Da. Und Feuer. Oh, oh. Nein. Hat er auch so eine Fiege? Nein. Oh Gott. Shit. Oh Gott. Lange Schwalbe nehmen. Das geht nie ab. Das war Mist. Nein, 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 nein. Oh, Schutz. Oh Gott. Nächste Schwalbe. So, brennen. Ja, er brennt. Ich habe ihn gleich. Er stirbt. Jawohl. Müssen wir das Fliege noch besiegen da? Das stirbt auch. Okay. Puh. Aber gar nicht ohne. Er hat ganz schön Schaden gemacht. Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Äh, warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Ach, es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst zwei Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Wird Zeit, dass du nach Boclère zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Ähm, zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ein Rat, nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrein zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Tja. Ob er ihr die Wahrheit sagt? Wir werden es erfahren, wenn wir zu Françoise Geliebter zurückkehren. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht demnächst tun. Erstmal nehmen wir hier ein großes blaues Motorgen. Nicht schlecht. Wobei, bei blauen hatten wir, glaube ich, keinen Mangel. Naja. Fan-Plat, eine Reliktwaffe. Die gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Können wir noch nicht hinnehmen. Stufe 45. Ja, die ist schon auch sehr, sehr, sehr gut als Silberschwert. Aber Art ist nicht unser Ding. Crit ist nicht schlecht. Aber das Problem ist halt diese schöne Set. Dieser schöne Set-Bonus, den wir verlieren würden. Insofern eher doch was zum Verkaufen, würde ich sagen. Gut. Hier haben wir, denke ich, alles gesehen. Außer, ich glaube, diesen Gang noch nicht. Da wird es wahrscheinlich auch nur rausgehen. Finden wir hier noch was? Na ja, tatsächlich noch ein Grippe. Das hat da sogar noch ein bisschen was bei sich. Sehr schön. Gut. Alles klar. Dann, denke ich, werden wir das nächste Mal zu Plötze zurückkehren. Und, ja, uns erst mal auf dem Weg zu unserem Weingut machen. Und was dann geschieht, das sehen wir weiter. Zu François Geliebter kehren wir dann erst später zurück, denke ich mal. Wenn wir uns vielleicht mal eine Belohnung abholen oder Ähnliches. Aber jetzt nicht nochmal Beauclair. Wobei natürlich das Porträt, das wartet auch auf uns. Ne, aber wir bleiben dabei. Erst mal Weingut und vermutlich dann eine größere Runde mal ins Hinterland. Wir schauen. Also, bis dahin macht's gut. Euer Steinwall.